In diesem Video schauen wir uns ein Schätzverfahren für die lineare Regression an. Wir haben ja die Formel YI ist gleich Beta0 plus Beta1XI plus YI. Und bei dieser Formel sind X und Y bekannt, das sind die effektiven Daten. Und was wir schätzen wollen, ist Beta0 und Beta1. Nun, was sollte ein Schätzverfahren können? Also was sind die Güterkriterien? Davon gibt es drei. Zum einen Erwartungstreuen, also ob das Ganze unverzehrt ist, unbiased. Also entspricht der Erwartungswert dem wahren Wert. Dann Konsistenz oder im Englischen Consistency. Das heisst, je grösser die Stichprobe ist, desto eher sollte der geschätzte Parameterwert mit dem effektiven Wert übereinstimmen. Das Ganze nennt man auch asymptotische Eigenschaft eines Schätzers. Das dritte Güterkriterium ist dann noch die minimale Varianz oder auch Effizienz genannt. Oder im Englischen Efficiency. Das heisst, je kleiner die Varianz einer Schätzfunktion ist, desto näher wird ein Stichproben-Schätzwert auf dem wahren Parameter liegen. Dabei wird zwischen zwei Arten von Effizienz unterscheiden. Zum einen von der relativen Effizienz. Das bedeutet, eine geringere Varianz bei gleicher Erwartungstreue als ein anderer Vergleichsschätzer. Das heisst, es ist relativ zu einem anderen Schätzer effizienter. Dann gibt es noch die absolute Effizienz. Das bedeutet, dass es keinen anderen Schätzer gibt mit geringerer Varianz. Nun, was wir machen wollen, ist, den Störterm zu minimieren. Das ist die Residuen. Wir haben ja eine systematsche Komponente im Modell. Das heisst, Beta 0 plus Beta 1 XE plus den Störterm. Das ist Epsilon I, die Residuen. Nun gibt es dazu verschiedene Ideen. Eine Variante wäre, wir würden die Summe der Residuen auf 0 setzen. Schauen, dass das 0 ist. Das ist aber nicht so eine gute Idee, dass sich so die positiven und die negativen Residuen gegenseitig aufheben. Das heisst, wenn ein Punkt Megabyte entfernt ist gegen oben und einer Megabyte gegen unten, dann sind sie zusammen 0. Dann können wir irgendeine Linie zwischenziehen. Zum Beispiel, wenn wir den Mittelwert nehmen, dann ist die Summe aller Residuen 0. Also könnten wir sagen, ja gut, in dem Fall nehmen wir den Betrag der Residuen. Damit sowohl Abweichungen gegen oben als auch Abweichungen gegen unten sich nicht gegenseitig aufheben, sondern addiert werden. Das ist grundsätzlich eine gute Idee. Jedoch zeigt sich, dass mit der Betragsfunktion das Schätzverfahren komplizierter wird. Nicht so einfach geschätzt werden kann. Es gibt noch eine bessere Variante und das ist auch die, die verwendet wird. Das ist die Summe aller Quadrate der Residuen zu minimieren. Das Ganze nennt man OLS, Ordinary Least Square. Das ist das Verfahren der kleinsten Quadrate. Das hat zum einen den Vorteil, dass durch die Quadratversion verschwindet das Vorzeichen. Also wenn wir ein Residuum haben von beispielsweise minus 2, wird es zu 4. Wenn wir ein Residuum haben von 2, wird es auch zu 4. Der andere Vorteil ist, was ein grosser Vorteil gegenüber der Betragsfunktion ist, neben der einfacheren Schätzweise, ist, dass grösse Abweichungen stärker bestraft werden. Das heisst, wenn wir einmal eine Abweichung von 1 haben und nochmal eine von 1, dann wäre das bei der Betragsfunktion das gleiche, wie wenn wir einmal eine Abweichung von 0 hätten und einmal eine Abweichung von 2. Bei der quadratischen Version ist aber die erste Variante besser, weil wir dann 1 im Quadrat plus 1 im Quadrat gibt 2, während 0 im Quadrat plus 2 im Quadrat 4 gibt. Das heisst, die quadratische Variante ist die optimale Variante, das Ganze zu schätzen. Wenn wir uns das nun in einem Beispiel anschauen, dann sehen wir, links wurde als Schätzer der Durchschnitt von y genommen. Das gibt einen Erwartungswert von 0. Das heisst, wenn wir das erste Verfahren nehmen würden, wäre das optimal. Wir sehen ja von bloßem Auge, dass diese Linie den Zusammenhang nicht wirklich gut erklärt. Deshalb verwenden wir das Verfahren der Quadrate. Mit den Quadraten sehen wir hier, haben wir hier relativ grosse Flächen, während wir beim rechten, wo wir eine mehr oder weniger optimale Linie haben, viel kleinere Quadrate haben. Das ist das sogenannte OLS-Verfahren. Wie schon gesagt, Ordinary Least Square. Und das Gute an OLS ist, dass es Blue ist, sofern gewisse Annahmen erfüllt sind. Blue bedeutet Best Linear Unbiased Estimator. Oder auf Deutsch, Besser Linear Unverzehrter Schätzer. Und das noch mit der geringsten Varianz. Das heisst, es gibt kein besseres Schätzverfahren als OLS. So wurde gezeigt. Keines kann einen besseren Schätzer geben, der die Gute-Kriterien besser erfüllt als OLS. Sofern gewisse Annahmen erfüllt sind. Die Annahmen sind folgende. Zum einen wird Linearität vorausgesetzt. Das heisst, die Beziehung zwischen der abhängigen und der unabhängigen Variable ist linear. Dann geht OLS von einer Zufallsauswahl aus. Dann sollte der Erwartungswert der Fehlertherme 0 sein. Also der Schnitt aller Fehlertherme sollte 0 sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es nicht erwartungstreu. Das heisst, das erste Gute-Kriterium ist dann verletzt. Dann des Weiteren sollte Humuskedazität herrschen. Das heisst, die Varianz der abhängigen Variable ist über alle Werte der unabhängigen Variable konstant. Dann eine weitere Annahme ist, dass die Fehlertherme nicht korrelieren. Also keine Autokorrelation vorherrscht. Und dass keine perfekte Multikolarität vorliegt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Variable Alter hätten, was wir schätzen, und dann nochmals eine Variable Alter 2 hinzufügen, die einfach das Doppelte von Alter ist, dann hätten wir perfekte Multikolarität. Weil mit einer Variable die andere Variable perfekt vorausgesagt werden kann. Dann gibt es noch eine weitere Annahme, die jedoch für OLS an sich nicht zwingend ist, die jedoch notwendig ist, damit wir Hypothesen testen können. Und das ist, dass die Fehlertherme normal verteilt sind. Wenn die Fehlertherme nicht normal verteilt sind, dann können wir keine Hypothesen überprüfen. Dann können wir also nur eine deskriptive Analyse durchführen. Für eine reine deskriptive Analyse ist diese Annahme nicht zwingend. Die kann dann auch verletzt sein. Mehr Details zu den Annahmen und wie wir dann auch umgehen können, wenn eine Annahme verletzt ist, das schauen wir uns in ein paar Wochen an.